Ja. Jo, go check this out, man. Mein Name ist Diana Hohenberg. Ja, kriege ich diesen Schein. Oh, es wird so wehtun, glaube ich. Es wird einfach so unglaublich wehtun, wenn wir da auf dem Scheiß lassen. Wenn wir gleich auf den anderen Platz gehen. Du musst in die Kamera spucken. Es ist Coach Willis. Verstehst du? Und das ist kein guter Blick von dir. Ja, fertig.